Videoimpuls nochmal zum Thema Klang. Ich hatte gerade die Ehre auf einem Yoga-Kongress live noch zu dem Interview nochmal einen Impuls dazu zu geben und ich möchte den kleinen Ausschnitt aus diesem Vortrag jetzt auch hier nochmal für den YouTube-Kanal präsentieren. Dazu wechsle ich einfach mal kurz in die Präsi, dass du da auch noch einen schönen kleinen Eindruck bekommen kannst. Ja, also der Titel war über Klang das autonome Nervensystem zu trainieren und das ist ein ganz wichtiger Part in der Regulation und in der Arbeit mit dem Nervensystem. Porges hat ja gesagt, bei normalen Hören menschlicher Sprache kontrahieren die Mittelohrmuskeln und versteifen die Gehörknöchelchenkette. Dieser Prozess entfernt die meisten maskierenden, niederfrequenten Hintergrundgeräusche aus der akustischen Umgebung und ermöglicht eine effektive Verarbeitung der menschlichen Stimme durch die höheren Gehirnstrukturen. Das heißt, wenn diese maskierenden, niederfrequenten Hintergrundgeräusche zu stark wahrgenommen werden, dann ist die Verarbeitung der zum Beispiel Stimme, der menschlichen Stimme, von den höheren Hirnstrukturen nicht so gut möglich oder zum Teil gar nicht möglich, möglicherweise. Und das hat natürlich Auswirkungen. Darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Wir wissen, dass Menschen mit Trauma, Autismus, ADS und so weiter häufig folgende Eigenschaften zeigen. Sie neigen dazu, den Blick vielleicht eher so zu senken. Das hat auch viel mit der Scham zu tun. Da hatte ich ja einige Videos zu gemacht. Die Intonation wird eher eintöniger. Das heißt, die Prosodie in der Stimme fehlt. Dann haben sie häufig einen sehr eingefrorenen Gesichtsausdruck, sehr erstarrt, wenig Mimik, also sind frozen. Wirklich eingefroren. Und da ist keine Lebendigkeit drin. Und das spiegelt einfach ein Stück weit den inneren Zustand. Er hat aber dann auch wieder Auswirkungen auf die anderen rundherum, die das dann auch sehen und daraus wieder Rückschlüsse ziehen. Unbewusst oft. So, und möglicherweise haben wir auch eine Schwierigkeit in der Verhaltenskontrolle und Impulskontrolle. Zum Beispiel im Bereich des Arousals. Also da geht es oft hoch oder sehr stark runter in den Shutdown. Man ist vielleicht ablenkbar, man ist sehr erregt, man ist sehr impulsiv und neigt vielleicht auch zu Wutausbrüchen und Überforderungen. Dann ist die sogenannte vagale Regulation kompromittiert. Das zeigt sich dann zum Beispiel in allen möglichen Entzündungsprozessen, die im Körper ablaufen können. Da sind ja bei vielen Erkrankungen sind ja Entzündungsprozesse mit einer Hauptursache, zum Beispiel eben auch bei Depressionen. Und ja, Verdauungsbeschwerden, Morbus Crohn, die Klassiker, Fibromyalgie, Schlafprobleme, Migräne und so weiter. Da spielt das ja alles mit rein. Dann haben die Menschen möglicherweise Probleme, auch Gesprächsinhalten überhaupt zu folgen. Das scheint ja heutzutage immer mehr der Fall zu sein. Das hat natürlich auch mit anderen Dingen noch zu tun, dass wir immer, ne, ich sag mal, die Inhalte in der Schule, ja, Faust haben sie auch abgeschafft beim Abi in Deutsch. Also die Inhalte werden immer mehr verflacht, verflacht. Es geht alles immer nur hip und toll und so in fünf Minuten. Das ist wirklich so, die Fernsehinhalte werden immer dünner. Wenn man das so mit Inhalten von vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren vergleicht, hat man den Eindruck, das ist auch gewollt, da so ein Training in eine Banalisierung zu erzeugen. Das kann auch was damit zu tun haben, aber Menschen, die diese Thematiken am Laufen haben, da ist das definitiv ein Fall, der Fall. Ja, und die Geräuschempfindlichkeit oder Hypersensitivität auf Geräusche und Klänge, das ist auch ein großes Problem dabei, ja, dass man eben sehr stark auf alles Mögliche reagiert. Genau, und das wird häufig auch dann als Hochsensitivität falsch gedeutet. Kieferverspannungen können auch eine Folge sein, ja, also das hängt mit den kranialen Nerven, die dann richten, auch Gesichtsnerven und so weiter, hängt das auch mit zusammen. Dann die Verbindung vom Vargus in diesen Bereich rein, auch Trigeminus und so weiter, dass dort eben großer Stress ist. Das hat etwas mit dem Klang auch der Gefahr zu tun. Wir haben ja in grauer Vorzeit ja große Probleme gehabt, sag ich mal, zu überleben. Wir waren ja, ich sag's mal, nahe Verwandte, nahe Verwandte der Beutelratte. Ja, also wir waren Opfer und Täter zugleich, also Jäger und Opfer und wir waren eben häufig auch Beutetier für größere Raubkatzen, Raubtiere. Und infolgedessen mussten wir also ständig auf der Hut sein, auch alleine, weil es so lange braucht, bis ein Mensch quasi nach der Geburt überhaupt lebensfähig wird. Im Vergleich zu den Säugeltieren ist das sehr exorbitant, der Zeitraum. Dann natürlich auch nachts, dass wir so viel schlafen, tief schlafen, wo wir eigentlich fast nichts mitkriegen. Und deswegen waren dann so Raubtiergeräusche, die meistens dann einen tiefen Ton hatten, grummelnder Natur waren, waren für uns im Grunde ein Zeichen dafür, dass unser Nervensystem jetzt in den Alarmmodus gehen musste und uns dann mobilisiert hat. So, und Gleiches gilt für alle Arten von Naturkatastrophen. Also wenn es irgendwie die Erde anfängt zu beben oder irgendein Tornado, Hurricane, was auch immer, übers Land gezogen ist oder Vulkane ausgebrochen sind, passiert ja momentan wieder sehr, sehr häufig, dann musste der Mensch auf diese Geräusche auch ganz stark hören, weil das Ereignis vielleicht noch gar nicht zu sehen war. Und diese tiefen Geräusche haben dann also bewirkt, dass der Notfallmodus angeschaltet wird und es rein ums Überleben ging. Also im autonomen Nervensystem geht es autonom ums Überleben. Das ist das Hauptziel von all diesen Reaktionen, die heute leider oft nicht verstanden werden oder dann eben als, oftmals auch als sinnlos erscheinen mögen, weil man sie einfach nicht realisiert, sage ich mal. Und das Problem, was daraus resultiert ist, wir haben nicht nur die Geräusche aus der Umwelt. Ich meine, Raubkatzen haben wir jetzt so nicht mehr so oft hier, auch im Züricher Stadtpark oder so, aber es gibt noch genügend andere potenzielle Faktoren, die zu Umweltkatastrophen noch dazukommen. Das sind nämlich all diese Geräusche in der modernen Welt. Dazu gehören neben Mixern und Staubsaugern allerhand von Lüftungen, von Motorengeräuschen, oder eben vielleicht nur der Lüfter der Grafikkarte in deinem PC oder eben dann halt Lüftungsschächte. Die neuen Heizungssysteme, die jetzt immer empfohlen werden mit diesem Wärmetauschersystem dort, wo dann draußen auch diese Luft so angesaugt wird, die sind also auch problematisch. Da weiß man jetzt schon, dass die Leute massenhaft dort Schlafstörungen auch kriegen von. Und ja, einfach dann nachts ständig unbewusst getriggert werden. Ja, bei einem LKW, der draußen brummt und auf dem Backplatz steht, oder vielleicht vor deinem Haus, wenn du in der Stadt wohnst, vorbeifährt, kann das, oder bei einem Bus oder so, kann das genau das gleiche Problem sein. Das heißt, wir sind in der modernen Welt ständig Gefahrgeräuschen ausgesetzt, die eigentlich keine Gefahren sind, aber unser autonomes Nervensystem dekodiert sie so, wenn unser Mittelohr nicht entsprechend justiert und trainiert ist. Und die Neurozeption von Gefahr, also die unbewusste Wahrnehmung von Gefahr, die läuft die ganze Zeit ab. Und unser Nervensystem ist darauf geprimed, anhand der gemachten Erfahrungen von mir selbst oder meiner Vorfahren, die dann auch genetisch vererbt sind oder epigenetisch gelernt sind. Die spielen da natürlich auch eine wichtige Rolle dabei. Ja, und ich deute dann unbewusst immer wieder irgendwo Gefahren in der Welt, die gar nicht da sind. Das erzeugt natürlich ständigen Stress und häufig auch dann im Kontakt mit anderen. Fehl- und Misskommunikationen. Das ist besonders auch für Therapeuten ein wichtiger Faktor, denke ich. Ja, oder im Umgang mit den eigenen Kindern. Und das führt dann eben infolgedessen zu gewissen Autopilot-Reaktionen vom Nervensystem. Stichwort die Klassiker, also Kampf. Also das irgendwie sofort nach vorne gehen und bissig zubeißen, obwohl eigentlich gar keine Gefahr gerade da war, groß. Oder eben halt das Kollabieren hier und nur noch beten, dass eine höhere Macht mich retten wird. Oder eben das Flüchten oder Verstecken. Und ja, diese klassischen Überlebensstrategien laufen dann oftmals auch subtil ab infolge von solchen Missinterpretationen, ohne dass die Leute das eigentlich bewusst mitbekommen haben. So, und das ist natürlich sehr nachteilig für die ganze soziale Interaktion. Das läuft dann häufig suboptimal ab. Vor allen Dingen auch, wenn derjenige so eine Mimik hat, die ganz unbewusst dann entsprechend erstarrt, wo das Umfeld nicht genau weiß, was jetzt los ist. Sie sehen einfach nur dieses Freeze-Gesicht dort bei demjenigen und fangen an, dann da so auch unbewusst natürlich von ihrer Neurozeption her, gewisse Gefahren da drauf zu legen, die diese Person vielleicht gefühlt ausstrahlt oder diese Person wahrnimmt, die aber gar nicht da sind. Und das macht natürlich auch in der Interaktion etwas, bis hin, ich hatte ein Video auch zugemacht zum Thema Mobbing, bis hin dann wirklich, dass dieser Mensch, wenn das immer wieder vorkommt, dann irgendwann auch gemobbt wird, weil die Leute einfach dann auf den projizieren, der ist irgendwie komisch. So, und dafür ist es natürlich auch ungünstig und suboptimal. Auf der anderen Seite, vice versa, kann soziale Interaktion natürlich genutzt werden, um das Nervensystem zu trainieren. Und da können ganz einfach klassisches Bewusstes hören, singen, Tönen, mit der Stimme zu arbeiten, summen. Das kann auch alles genutzt werden, um diese Bereiche wieder bewusst zu aktivieren und zu nutzen oder die Mimik ganz bewusst von Face-to-Face, ja, ganz bewusst entsprechend anzusteuern. Das kann wirklich alles dabei genutzt werden, bis hin eben zu den klassischen Sachen, wo man dann mit Instrumenten spielt, Atemübungen auch macht, wie das im Yoga auch der Fall ist oder in meinen Atemtechniken, die ich hier so nutze, bis hin diese ganzen klassischen spirituellen Übungswege, auch Qigong, Tai-Chi und so weiter, Bewegungen, Haltungen oder auch Berührungen gezielt zu nutzen. Da macht man sich also diesen Umstand auch zu nutze, dass eben Musik und Sprache die gleichen neurologischen Bahnen nutzen und dass wir eben über Knochenschalen und Knochenleitungen eben auch den ganzen Organismus aktivieren können, gerade auch den Gleichgewichtssinn und sämtliche Muskeln im gesamten Körper damit quasi aktivieren können. Borges fand eben dann auch heraus, dass er mit seinem Konzept, was wir bei uns in der Praxis ja auch anbieten, für die Anwendung zu Hause, dass man da in die Lage versetzt wird, mittlerweile in einem dreiphasigen System eine bessere Regulation herzustellen, eine bessere Selbstregulation, einfach in der Kommunikation besser wird, weil einfach die dazugehörige Muskulatur entsprechend trainiert wird, dass man sich besser konzentrieren kann und auch effizienter wird in der eigenen Organisation und wenige auf Schieberitis an den Tag legt. Das hat was damit zu tun, auch dass der Vagusnerv eben vom Stammhirn hier kommt, aus dem Bereich der Medulla oblongata, dann eben sehr nah hier am Innenohr vorbeiläuft und dass es dort eine wechselseitige Kommunikation eben gibt. Und das kann man also ganz gezielt auch nutzen, indem dann diese beiden Mittelohrmuskeln, ich hatte da in einer anderen Powerpoint schon mal drüber gesprochen, dass die dann eben trainiert werden. Und wenn die nicht gut trainiert sind, das sind ja sehr, sehr kleine Muskeln, wo man nicht gut rankommt fürs Training, sag ich mal, Wenn die dann wirklich trainiert sind, dann ist man lange nicht mehr so hochsensitiv für tiefe Umgebungsgeräusche und kann die dann eben besser herausfiltern. Möglicherweise, das war auch im Kurs vorhin, die Frage, ob Tinnitus auch besser wird. Ja, bei mir ist das der Fall gewesen. Das kann ich natürlich jetzt nicht allgemein sagen und versprechen, aber bei mir persönlich war das so. Und ich hatte da lange mit zu tun. So, und ja, wenn diese Mittelohrmuskeln trainiert sind entsprechend, dann kommen diese drei kleinsten Knöchelchen dort im Innenohr, die für die Spannung des Trommelfells dann zuständig sind. Die werden quasi dann gut, ich sag mal, positioniert und können entsprechend die Spannung regulieren, dass im Grunde eine andere Form von Klangweitergabe erfolgt zum Innenohr, dass das Spektrum nicht mehr so breit ist, sondern dass die Störfrequenzen rausgefiltert werden. Und ja, Porges hat dann dieses System eben SSP genannt und hat eben gesagt, die Antwort auf die Frage, welche Zugänge wir haben, um das soziale Engagement-System ruhiger und homeostatischer zu machen, ist die Vagus-Aktivierung. Das SSP ist ein akustischer Vagus-Nerv-Stimulator, über den die Top-Down-Regulation zum enterischen Gehirn erfolgen kann. Das theoretisch durch die Polyvagal-Theorie fundierte Klangprotokoll wurde entwickelt, um mit Hilfe eines komplexen akustischen Stimulationsprogramms die neuronale Regulation der Mittelohrmuskulatur zu trainieren und systematisch herauszufordern. Hierbei handelt es sich um ein Übungsmodell, das eine computergesteuerte akustische Stimulation verwendet, um das an den Hörer übermittelte Frequenzband entsprechend stimulierend zu modulieren. Ja, und das ist im Grunde das, was ich hier quasi in der Praxis sowohl auch anbiete, in dem Bereich des Klangs. Ich arbeite auch mit Stimmgammeln vor Ort und solchen Dingen. Aber das ist so auch ein Aspekt davon, basierend auf der Arbeit vom Porges. Und das gibt es eben bei uns auch zu ordern als App fürs eigene Handy, für ein halbes Jahr, für Erwachsene und für Kinder gibt es zwei Varianten. Und da gibt es dann eben drei Phasen plus ein Zusatzprogramm zum Balancieren. Und wenn man das ein halbes Jahr lang in diesen drei Phasen macht, dann haben die Leute in der Regel deutliche Verbesserungen auch in diesem Bereich. Und wenn du dich da weiter zu informieren willst, dann gibt es unten dazu einen Link. Kannst du direkt draufklicken, kommst du direkt auf die Seite, kommst du direkt auf das Angebot. Und ja, ich wünsche dir einfach eine gute weitere Regulation, auch in Bezug auf Klang. Vor allen Dingen bei Störgeräuschen, die von außen kommen, sei es durch Ventilatoren, Windkrafträder in deiner Wohnumgebung, laufende LKW-Motoren, Fahrstuhlschächte und was auch immer, schnarchende Nachbarn. Ja, und ja, es ist ansonsten natürlich immer auch gut, gute Oropax zu nehmen, vielleicht auch diese aus Wachs. Die machen das Ohrrecht gut dicht und dann soll das Spektrum auch ein Stück weit in der Nacht gerade einzuschränken. Zum Thema Licht hatte ich ja auch was gemacht. Gibt es auch ein Video bei mir zum Thema Blaudichtfilter, das ist auch ganz wichtig, weil sonst das Melatonin platt gemacht wird. Also, in diesem Sinne, einen schönen Abend und weiterhin erstmal alles Gute und viel Kraft, wünscht Jörg Fuhrmann aus dem Freirauminstitut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020